Beflogen, weil ich dich geboxt habe Warum sind die zwei Dirt-Creeper? Weil sie es können, aber das sind drei! Warum fieh ich da denn Tintenfisch durch die Gegend? Das ist der Domo-Tintenfisch! Geht bei ihm, Alter! Ja, das ist der Domo-Tintenfisch! Alter, wie der abgeht! Oh, das ist noch ein Dirt-Creeper! Dirt-Creeper! Oh, das ist, let's go! Die Party, schnell! Oh, die Party zu Ende ist! Oh, ein Schwert läuft bei mir! Äh... Ich kann dir noch eins geben? Das erstmal jetzt abgeschütteln Okay... Die Melonen machen auch nicht so viel, ne? Ich renne nicht! Okay, ich renne auch nicht! Ich habe nie gerannt! Ich bin... Ich werde nie gerannt worden sein! Hm... Hast du auch wieder der hinter dir hinter dir? Ja, auch vor mir! Ich hab der Kump da! Ja, komm, weißt du? Guck mal, die gehen extra zu diesem Block! Guck mal! Halbzucker? Das ist nicht asozial! Na! Doch, ist das! Nicht unfair! Nee, das geht doch! Keine Zeit für mich! Nee, das ist ja hin! Hallo, nerv mich! Die Sperren! Hallo, ja, spring mich durch... Warum kommen die denn wieder alle her? Irgendwo die herkommen! Genau, weil wir die ganze Fackel wieder abbauen! Mann, Mann, Mann! Hallo, Dirt Creeper! Möchtest du doch die weg? Die weg, Alter! Der weg, Alter! Der ist schon so fett! Hier ist auch eine Spinne! Ja, die bleibt da drin! Wir haben eine gefangene Spinne! Hallo! Alter, guck mal, wenn sie da in den Zoo wollen! Der ist knapp! Ey, unser Zoo hat ein... ...diss Jockey! Komm doch her zu mir! Ja, stirb! Ja, ja, bitte, die verwecken! Warten, bis der Skill kaputt ist, dann ist alles so gut! Ja, dann ist die Spinne harmlos! Ey, die cheaten doch! Die cheaten alle, die Spinnen! Die haben so... Die haben nur so viel Leben! Und... ...und viel Damage! Okay, let's go! Oh, da kommt ein Bogen! Da kommt ein Bogen? Aua! Ich hab mir die Spinne untergekehlt, glaube ich! Wolle doch! Ich weiß auf jeden Fall nicht! Sinn! Ne, los geht's! Puh! Okay! 5 Minuten noch! Wow! Bist du bereit? Einfach runter zu gehen? Warte mal! Ich hab noch Blöcke! Geh doch weg! Geh doch weg! Ich will doch noch ein paar Blöcke bauen! Mach doch ab! Kommt da! Kommt da! Oh, oh! Ich bin unten! Bist du ernsthaft? Alter, Alter! Alter! Ich hab meinen Schmerz nicht ausgewählt! Äh! Vorher ist ein Zombie! Wo kommt das her? Töte es! Töte es! Bevor es Kinder legt! Und Eier! Äh! Tot Creeper! Jetzt komm doch nicht von oben! Wieder weg! Den ist gleich tot! Den ist gleich tot! Oh, schlecht! Oh! Ich hab ganz viele Bienheiß! Aua! Deine Mutter! Hau doch ab! Ich nehm's mit allen auf! Komm! Ich wollte gerade nur die Kiste looten hier! Da fehlt doch meine Ruhe! Ja! Du musst ja die Kiste looten! Du musst hier leiden, weißt du! Ja, ich auch! Ich bin auch am leiden! Du am leiden! Ist klar! Ähm! Wir werden nicht alle... Wir werden nicht alle Bienen benutzen! Äh! Alle Coco Beans! Wir werden dann eine Farm draus machen! Wir werden nicht alle überleben! Ich überlebe hier in der Ecke! Alter Digga! Nein! Ich muss nur wieder recken! Ich reg grad auch! Oh! Ich hab kein Schwert mehr! Ja! Jackpot! Na halt bei mir! Wie soll ich denn jetzt so unterlegen? Ich hab noch drei Schwerter! Wie viel? Dreie! Cool! Und ich hab sogar noch einen Eisenschwert! Du! 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 Ich kämpf mich ab und endlich! Ihr geht einfach nur wieder! Ja! Wie viele Bienen brauchen wir? Wie viele Coco Beans? Gib mal ein Schwert! Lass mal ein Super wachsen! Hier! 30 Stück brauchen wir! Warte! Hier! Das kriegst du auch noch! Pass auf! Superskelett! Jockel! Hau doch! Komm her Jockel! Oh! Du hast gesagt! Huch! Huch! Erstmal hier ausleuchten! Warum wieder? Ich hab keinen! Ich hab jetzt nur noch zwei Fackeln! Ich hab noch genug! 40 Stück! Oh! Was ist so viel! Hey ich hab mir neun.. 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 Neun Fackeln! Also neun mal was.. Warte aber ich will bei ihm die Quests fertig machen! Warte aber ich will bei ihm die Quests fertig machen! Sind das bloß die Quests mit den scheiß Coco Beans? Die ist.. Machst du gucken das ist so'n Ofen! Oh Jockel! Oh Jockel.. 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 Da! Wo hängen halt richtig viel Coco Beans? Äh.. Wie worts? Pick me! Ich kann nix im Inventar nehmen aber die Quest ist fertig! Hm.. Meistens wird es ja einfach nur so rausgenommen da.. Also.. Nur abgesconnt.. Enderman! Aha.. Boah.. Ich will die Quests fertig machen! Da sind Splash Portions! Fire Resistance! Oh.. Die brauchen wir bestimmt irgendwann noch! Hä? Warum kann ich denn nicht soviel reintun? Ich hab doch genug Platz im Inventar! 5 Slots! Ah ne.. Die Fire Resistance senken sich glaube ich nicht sonst! Das ganze haben ja! Bissen du flieb? Hm.. Ich bin grad hier runtergefallen irgendwo! Lass uns mal wieder hochgehen jetzt! Na ich mein's ich hab da gupta action! Höh.. 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 Oh nein.. Oh komische Geräusche.. Schnell weg! Hoffentlich nicht bei mir komische Geräusche! Höh.. Höh.. Alter stirb doch! Höh.. Ich stirb doch.. Super den Ausgang.. Ich bin schon wieder 15 Level alter! 14… Oh mehr Tanks! Tanks! Dirk Tanpa zu mir! Dirk Tanpa zu mir! Wer kann mal ein bisschen hochfahren? Ich war's! Leger.. Spiegel kommen von oben weiter! hier brennt gleich alles hier brennt gleich alles der brennt er ich bin gleich tot 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 nein der endermann endermann ich komme nicht weg ich habe tot nicht das ist du musst unten auswählen entweder der rote endermann naja klatsch nicht klatsch nicht klatsch nicht klatsch nicht ich habe ihn auf mich gelegt ich denke ich habe ihn auf mich gelegt du hast du noch kannst du regeln nein ja ich könnte regeln aber ich habe kein bock hier zu essen okay ich bin safe deine mutter ich habe mir die coins genommen mach zu boah alter schwede nee ich will das pack haben ich bin schon wieder so ein hässlicher endermann ich habe noch ein herz tete ich habe nur noch ein herz weg einfach wenn wir die mehr nicht haben dann kriegen wir diese rüstung da einfach hier abhauen jetzt komm ich hab noch nicht kann ich hab mal ein halbes setz gereckt ja dann warte wau mal auf hier hinter dir wie viele herzen hast du noch wau mal auf diga ich komm mal auf du hast schon wieder keinen helm ja entschuldigung es geht ein bisschen schuldig warte warte erst mal das loswerden und dann gehen wir beenden warte deine mutter warte 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 das ja klar warte warte in diesem warte je warte 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 Nervig. Ja, ich hab auch einen harten, goh. Alter, die ist eine Spinne. Bei uns ist eine Spinne. Boah. Scheißdinger, Alter. Jetzt ist ja schon wieder so ein komischer Squid hier rumbackt. Das ist der Superman Squid. Schwore, die sind sich die ganze Zeit alle alle rumbacken. Also so wie du. Oh, erst mal direkt. Halleluja. Ne, wie gesagt, wir brauchen fünf von diesen Coins Decks noch. So, done. Dann kriegen wir mal den erneuernd. Mal eben alles lernen. Lernen. Topical, ich weiß gar nicht, was das für Dinger hier sind. Guck mal hier, guck mal jetzt oben in die Chests rein hier. Das ist grad scheiße. Oh, ich hab ein Egg, erstmal Blitzplay. Place mal das Egg, ein goldenes Egg. Nein, nicht goldenes. Wow. Ja, auch. Ich hab ne ME-Chest. Ist da wohl was drinne? Sack. Oh man, kann ich nicht rausbekommen. Du kannst noch ne Quest abgeben, ne Dede? Echt? Mhm. Ja. Welche? Mit den Coco Beans. Schau drauf, Open, äh, oh da unten. Claim Reward, hä, was wird... Brauchen wir nen Stack oder... Brauchen wir nen Stack? Ach egal, Reward Deck, bisschen. Habe ich auch gemacht, wollte ich auch machen. Ist halt so ne Zecke, ne? Ja, Reward Deck, Digga. Ist mehr drin. Ja. Ich hab, ich hab, ich hab Storage Upgrades. Guck. Storage Upgrades. Hätte man immer, kann man immer gebrochen. Ja, schön. Ja, ist auch schön. Ja, ist auch schön. Naziköp. Was? Ach, wegen dem... Wegen dem Feuerzeugen und sowas. Die konnten die nicht alle. Ich hab'n... Ich hab' irgendwelche komischen Dinger hier. Leatherboots. Leatherboots. So, was geht da? Weinen Fire Charges und Feuerzeugen? Ich hab'n Hammer. Ich hab'n Storage Upgrades mal 3. Und das pack ich's mir hier oben rum. Glück für dich. So. Das ist mieser. So, haben wir schon. Ah, Dede Klatsche wieder ist voll. Entschuldigung. Dede Klatsche wieder... Ich bin doch gar nicht leid. Boah! Ey, ich geb's zu. Wo ist denn du? Wo ist denn du? Äh, was war das? Hä? Ich hab'n grad Eier geworfen. Nö. Ich bin hier oben wieder. Wo bist du? Ich hab'n grad an dir vorbeigelaufen. Jetzt und jetzt. Ja. Wie ich wieder so klingt. Ja, ich wusste nicht. Ich hiel' ich nicht. Ich glaub, Centus ist beim Ohren sichtbar. Hm, ich seh'n Centus auch nicht. Cool. Centus, du bist'n Geist. Cool. Wo bist denn du? Wo bist du, Centus? Egal. Der cheatet doch. Centus? Komm' mal, der hat dein Ei geploppt. Was? Freut mich. Oh, du blödes Kack-Ding. Du blödes Kack-Ding. Du blödes Kack-Ding. Der macht irgendetwas Böses. Ah, witziger. Bedärfst du einfach. Das ist ein Cheater. Hier, hinter dir. Jetzt, jetzt bist du auf der Karte. Ja, war doch wieder dieser Bug. Okay, los. Hier, kommt hier hin und lasst uns. Voll da. Pflanzen. Hab' ich gehauen. Nee, hab' ich nicht. Pille-Mann, oh Pille-Mann. Da war's noch Flash. Da. Hallo. Na gut, Leute. Aber damit würde ich sagen, wir zum nächsten Mal bei Meteor Energy. Mit Dede. Und Flash. Und Centus. Ciao, ciao. Tschüss. Aua. Tschüss.